Was geht, 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 was geht. Schau mal, was heute hier so abgeht. Hoffentlich läuft es heute besser als Mittwoch. Ja, also ich werde auch heute versuchen, nicht zu ragen. Aber das war Mittwoch echt ein bisschen zu viel, ey. Österreich wird sich gewünscht. Kann ich gerne als erste Strecke hinzufügen. Dann muss ich das gleich nochmal eben auf zufällig stellen. Für die Leute, die hier reinjoinen. Fünf Rundenrennen, zufälliges Grid. Einfach weil ich der Überzeugung bin, so ein schneller Fahrer kann auch von hinten das Feld aufräumen. Und ich sage immer so, TT schwitzen kann jeder. Und fünf Runden Side-by-Side-Duelle zu haben und auch richtig enge Duelle zu haben, ist vielleicht für den einen oder anderen hilfreicher. Und für mich als Dyma auch immer ein bisschen besser. Weil es dann erstens zu mehr potenziellen Fahrer, da es potenzielle Fahrer gibt, die dann nicht so lange warten, wenn sie dann mal vielleicht DNF gehen oder Sonstiges. Das ist dann halt einfach viel Fitscheliger. Ich wurde so hart gesandwiched. That's racing. Kibbi schreibt F in den Chat, yo. Aber was willst du machen, ne? Die zwei Positionen nehmen wir auch noch mit. GG, Boys. Monza 0-0 Flügel. Ey, macht, was ihr wollt. Ich fahre einfach mein Monza Setup. Turn 1, das wird wieder ein Spielchen hier. Ich sage es euch. Oh, das ging aber. Alle gut durchgekommen. Nirox hat sehr, sehr gut den Exit genutzt. GG an der Stelle. Macht auch nicht jeder. Wieso gehe ich im vierten Gang, ich Idiot? Gut, da wäre ich fast abgeflogen. Da auch? Ach, Digga, Alter. Ich check's nicht, wieso mir das passiert, ne? Ach, Digga, ey. Was soll das? Ich check... Also, es hat mich jetzt keiner berührt. Aber ich check's nicht. Wieso... Wieso drehe ich mich jedes Mal auf der Bremse, Alter? Und jetzt fehlt tatsächlich noch ein Follower und die 900 Follower sind voll. Ö, 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 ö. Nice. Und zwei Abospielen noch für das Abo-Goal. Also, wenn wir das jetzt alles schon in den ersten fünf Tagen des Jahres hinkriegen, dass wir unser Polo-Goal hinkriegen und dass wir unser Abo-Goal erreichen, dann mache ich mir aber Gedanken wie das Jahr läuft hier we go guys, Monaco, das Chaos beginnt, das Chaos beginnt, Samuel schreibt in den TikTok-Chat rein, gerade dass der Monaco hast, ich gebe ihm da auf jeden Fall vollkommen recht also Leute, denkt dran wichtig ist, ich habe da zufälliges Grid, aber irgendwie starte ich immer noch vom P4 die ganze Zeit ich starte auf der 1 ohne Setup, das ist natürlich Weltklasse Weltklasse-Support, den ich jetzt hier nach Neujahr auf jeden Fall gekriegt habe sehr, sehr crazy das war ein echt crazy Start eigentlich ja toll es nervt mich so hart, ja wieso fährt man den nicht rein, bei mir geht gerade einfach gar nichts zusammen, aber ist auch egal egal geil oh, danke für den Follow Follow-Goal erreicht, nice ihr seid die Besten, Alter ey, ich gebe mir sowas von ne Verwarnung sorry Johnny oh, Monaco Overtakes sind immer sexy bei mir steht die ganze Zeit um Spiel speichern oh auch geil vielleicht speicherst du jetzt das ganze Spiel, Chris wer weiß ne, Baba Platte wir machen nicht mit Blitz-Quali, weil ich will nicht, dass die ganzen Schwitzer vorne sind Egal Viper ist einer mit der besten Fahrer auf Paisy also von daher das lohnt sich nicht hier das Quali anzuschalten moin Creepy, was geht's weil ich bin der festen Überzeugung, dass auch schnelle Fahrer von hinten das Feld aufräumen können Johnny Nathor beigetränt, was geht's ey, sorry, nochmal wegen vorhin, ne yo, Alter fuck doch noch mehr rum also ich würde lügen, wenn ich sage, heute läuft's gut, ne der Alpin macht einen Strandausflug ist aber wahrscheinlich auf der Graben wieder 6.000 km schneller als ich na klar ja, du lässt mir außen keinen Platz ich lasse dir außen keinen Platz, Alter wieso sollte ich dir da einen Platz lassen? Alter, heute ist überhaupt nicht mein Tag da Alter, was geht denn hier ab? Tagfest oh, dann langsam wird's ein bisschen warm hier Creepy ist rausgeflogen ja geil, hättest du das nicht für dich behalten können? ich hab mich grad gefreut, dass ich Auto überhole und jetzt erfahre ich, dass es ne KI war, oder was? jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 17 Uhr F1 Lobbys das könnt ihr euch merken ich bin immer um 17 Uhr am Start diese drei Tage immer egal was ist ob es stürmt, regnet oder schneit ich bin trocken let's go Katar, sehr, sehr nice muss ich mal schauen ja, dann da fliegt schon einer ab oh, dicker ich werd auch heute versuchen nicht zu ragen wer bremst denn bitte in der vollen Kurve, Alter dicker, ich check es nicht ehrlich, da muss doch einer da vorne einfach irgendwas da muss doch irgendwas falsch gelaufen sein Viper fährt wie gewohnt allen da vorne weg was geht hier ab? Danny nicht oh, Danny oh, Danny alter, Max war aber auch sehr, sehr sexy Junge alter, crazy fight und jetzt ist Danny dran vorbei immer noch nicht Alter, was geht denn hier gerade ab? das ist Max vorne will sich doch lieber als Streamer agieren wieso das denn? meinst du jetzt, weil ich mit dem Pech verfolgt war oder was? irgendwann muss man den Bann auch mal brechen kann doch nicht sein, dass ich da immer nur am Kassieren bin rausgehe, ich hab gar kein Baku Setup nehmen wir mal Singapur keine Ahnung ähm Kardim Singapur Setup läuft die gut ich sag es euch außer auf der Gran wahrscheinlich nicht oh let's fucking go boah und jetzt achtet mal auf meinen Delta wie das blöden geht mit ERS ach wie geil Tilti bei Klaren konnte auch noch Monoko Monaco ach nee nicht schon wieder Mann oh Mann fährt der den DNF von Max rein das ist natürlich nicht so nice guck mal wie die alle angeschossen kommen der ers gleicht es so ein bisschen aus Wulf ist DNF ey ey jetzt gehen wir nicht das ehrlich hier mit dem Singapur Setup oder was Leute das könnt ihr nicht machen guck mal aufs Delta 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 2,5 2,5 Sekunden das kannst du keinem erzählen bitte das reicht dann guck weiter den Stream ich zwing dich das reicht ehrlich wie geil bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020